Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 2. Wie ihr seht, ich stehe hier am Gasthaus. Ich habe gerade, oder vorhin eher gesagt, Rhinpo ein bisschen hochgelevelt. Rio hat natürlich noch auf kein neues Level geschafft, aber Rhinpo ist jetzt Level 9. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ihr Lebensbalken nicht ansatzweise so schnell steigt wie der von Rand, was sehr schade ist. Aber ich hoffe, es reicht trotzdem. Ja komm, Angriff. Ich habe übrigens mittlerweile entschieden, dass sie untenrum keine Hose trägt, sondern dass das ihre Haut ist. Irgendwie so Fell-mäßig halt. Habe ich beschlossen. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass das eine Mischung ist aus Haut und Fell. Sie hätte schließlich auch irgendwie einen Tigerschwanz, oder was ist das? Einer nur, zum Aufwärmen erstmal, ja. Sniperkopf. Das ist auch sein Name, ne? Da müssen wir jetzt mal drüber klar werden, dass der dumm ist. Haha. Auseinandergepflückt, sag ich da mal. Gibt es eigentlich nur diese Sniperköpfe? Nein, es gibt auch rote Bilbuls. Zunbull wird das dann. Kein Schaden. Bisschen Schaden. Ja, das ist okay. Alles aushaltbar. Ja, mit Gegenangriff. Auch noch aushaltbar. Nicht schön, aber selten, ne? Hatt ich mir gedacht. Was da jetzt drauf geht. Die werden wahrscheinlich auch so um die 60, 70 Leben haben. Ja, genau. Schön auf Venpo. Sie hat ja kaum Leben. Das ist so bitter. Während Rio... Alter, das war viel Erfahrung. Das war verdammt viel Erfahrung. Während Rio... Schon bei den 80 ist es sie gerade mal bei der 50. Das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Vinnia. Oder Moto soll das hier, glaube ich, darstellen. Ja. Hör auf, so oft anzugreifen. Böses Viech. Autokampf eingestellt? Scheinbar schon. Hätte ich jetzt gerne mal wieder ausgemacht. Jawoll. Dieser Schlagabtausch. Unglaublich. Ähm. So. Und wie ich Murphys Gesetz kenne, würde hier auf der Brücke noch was auf mich warten. Deswegen gehe ich einfach auf Nummer sicher und hau nochmal Kräuter raus. Das ist ja geil. Das hier ist der Eingang zu Vinnia. Ihr dürft leider nicht passieren. Wenn das ist es nicht Moto, dann ist es wirklich Vinnia. Finde ich aber schön, dass das genauso gemacht ist wie im ersten. Also, ähm, dass Vinnia immer noch halt an dieser Stelle ist. Irgendwie auf der Seite von dieser Brücke. Und dass man da durch den Keller irgendwie kommt. Und ich glaube, das war im dritten Teil auch wieder so. Irgendwie. Weiß ich aber nicht so genau. Ja, komm einfach drauf. Die sind ja wohl Kindergärten. Gut. Damit, ähm, zeigt sich folgendes Problem auf. Ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen sollen. Hier gibt es aber ordentlich Erfahrung. Ähm. Gibt es darunter? Auch nicht. Da. Ach ja, zwei von denen. Ja, Kräuter ist ein guter Anfang. Konter ist auch schön. Alles gern gesehen. Dafür muss man ihr lassen, auch wenn sie wenig Leben hat. Sie ist verdammt schnell und sie macht gut Schaden. Sie ist halt so typische Diebklasse. Irgendwie Mischung aus Dieb und Mönch, würde ich sagen. Man nutzt seine Spezialfähigkeit zu fliegen, Vibe. Oder war Motu die Anfangsstadt? Ich habe, ich habe das echt mit Namen. Das ist echt schlimm bei mir. Ähm. Kann ich mir einfach noch mehr. Das ist ganz schlimm. Mhm, mhm, mhm. Kannst du überhaupt Magie nehmen? Na, dann hauen wir mal ein paar Kräuter raus. Es ist ja unglaublich. Ähm. Ich bin gerade halt ein bisschen leise. Ich bin Gedanken versunken. Weiß halt nicht, wo wir weiter müssen. Ich werde jetzt zur Anfangsstadt zurückgehen. Vielleicht heißt es dir zufällig Motu. Es tut mir leid. Ich bin schlecht im Saftwarenmerken. Also besonders im Namenmerken. Das ist ganz schlimm. Ja, der Ryo kriegt gut aufs Gesicht. Muss man ihm da lassen. Und er steckt ein. Irgendwie. Nieder 80 Erfahrungen, 50 Münzen. Das ist ja ganz anderes Kaliber als 20 Erfahrungen, 12 Münzen irgendwie. Wirklich. Wir haben bald das nächste Level ab mit Rinn. Boah, das ist toll. Ähm. So, erstmal ein bisschen gekräutert. Wir können ja nochmal da lang gucken. Aber da ist auch eine Schichtwister. Ach ja. Oben neben dem Wald, da war ja auch so eine eingestürzte Brücke, Dings, wo man nicht rüber konnte. Aua. Du, du, zuck den Kräuter auf dich selber. Natürlich ein doppelter Angriff. Alles andere wäre auch langweilig. Gut, der ist tot. Noch nicht. Er ist Kräuter. Jetzt ist er tot. Auch noch gekrittet. Wunderschön. Reißt der Libelle die Flügel aus. Ryo ist bösartig. Eine. Das ist ja wohl lächerlich. Da können wir wirklich ein Auto hiten. Oh, sagt er. Wenn Pukrit schon wieder gut auf fresse. Na ja. Und wieder Kräuter benutzen. Was ja alles nicht so schlimm ist, weil wir mehr Geld kriegen, als wir Kräuter ausgeben können. Und das ist schon mal eine gute Grundbedingung für Leveln. Ich kann ja nochmal gucken. Vorsichtshalber. Nicht, dass ich dann daraus vergessen habe. Oder sie die Brücke erweitert haben. Und dann gehen wir zur Arena. Wir werden damit einreden. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Und dann gehen wir zurück zum Anfangsdorf. 100er Krieg. Schön. Ach ja. Ich habe euch schon wieder einen halben Part. Beziehungsweise bis ich hier fertig bin wahrscheinlich ein Part unserer Lebenszeit geraubt. Nur um herauszufinden, wo ich überhaupt hin muss. Ach ist das schön. Ich habe es echt drauf. Doch muss ich sagen. Ich bin nicht mehr stolz auf mich. Ah ja. Wieder diese lächerlichen Anzeigen. Zwölf Fahrer. In die Stadt. Und dann wisst ihr dann. Dann möchte ich das Spiel mal ein bisschen. Dann wirst ihr sehen, was hier abgeht. So. Wir gehen mal in den Pub. Das ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn man was rausfinden will. Da kommt von einem Schaukampf. Aber es gibt Leute, die sowas mögen. Und diese Leute sind auch mitverantwortlich, wenn sowas passiert. Der Kampf zwischen Rindbaum und Barbadel war ein sehr guter Kampf. Ach ja. Ich gehe nach Norden und du reist in Taguja, weil ich gehe von dort aus nach Westen und du kommst nach Vindia. Ja, auch das ist mir klar. Nun lässt mich da keine Sau rein. Hi, du. Ah, entschuldige. Die Jolette benutzen. Ich grüße mich einfach. Ich bin nur ein armer Mann und lebe hier. Ich habe kein Geld. Aber ja, das ist... Gleichermaßen verstörend wie eklig, würde ich sagen. So. Ran benutzt einen Trick. Er rollt sich zu einer Kugel zusammen. Ich glaube, er könnte das niemals... Ich könnte das niemals nachmachen. Ach, seid ihr alle toll. Wer bist du denn? Du siehst aus wie ein Pirat. Ich habe kein Heim und keine Arbeit. Ich wünschte jemand, würde mir ein Haus bauen. Ah, okay. Ich glaube dann, wenn das Haus fertig ist, dann werden wir ihn noch ein bisschen einladen. Auch den Typ auf dem Klo. Vielleicht ist das so eine Art Minispiel. Das gibt sowas ähnliches. Das gibt es ja auch im dritten. Ähm, dass man dann da die Leute zusammen... Die Kampfveranstaltung, Kampfkolosseum gegeneinander antreten, musst du etwa schon. Egal. Ähm, das ist halt so ein Minispiel, das Leute für sein Haus, schrägstrich dann später, Dorf zu sammeln. Und dass Rio dann irgendwo ein eigenes Dorf hat. So, dann gehen wir hier gleich nochmal rein. Nach einem Zeitsprung. Die Kirche St. Eva ignoriere ich übrigens bewusst. Ich mag die irgendwie nicht. Ich glaube auch, das sind die Bösen. So, rein da. Gerade ein bisschen die Nase juckt. Dann ist im Pub wahrscheinlich wieder keine Sau. Oh, was ist das Scheiße, das ist das. Komm zu glauben, der kann man komplett inszeniert. Und auch wenn die Satzstellung eine andere war, war der Inhalt der gleiche. Meckert nicht. Ach, zu euch kommt man gar nicht hin. Gerade mit euch wollte ich doch reden. So, wir gucken mal. Kriegen wir hier noch ein bisschen Nabel. Willkommen im Itemladen. Ich hätte hier eine Vita-Kugel. Weisenfrucht. Alles Geld wieder ausgegeben. Ja, haben wir gut gemacht. Wir sind langsam wieder in einem Bereich angekommen, in dem es einfach lächerlich ist, hier noch weiter zu kämpfen. Die Gegner sind halt so lächerlich. Da ist eine Höhle. Da müssen wir auch irgendwann mal rein. Ich habe doch einen Schutznebel benutzt. Schwindelbude! Verkaufen die mir hier minderwertige Ware? Schutznebel, der gar nicht funktioniert, oder was? No, einen versuchen wir noch. Dann bin ich traurig. Weniger Feindkontakt. Ja, weniger. Nicht keiner. Haha. Ihr seid ja geil drauf. Sie sich verdienen in Acht. Ja. Ah, da ist eine Höhle. Waren wir da schon? Ja. Einfach mal ein bisschen forschen. Weiß nicht. Ich hoffe, er fährt gänzlich unbekannt vor die Höhle. Wirklich. Ah, Diebe. Das ist der Unterschlupf, der Joker Gang. Das ist die härteste Bande in der Gegend. Ja, ich will rein. Unterschlupf, Joker Gang. Hätteste Bande in der Gegend. Du auch noch. Immer noch. Ist der Joker Gang unterschlupfend. Jetzt verzieh dich. Ja, ja schon. Keiner liebt mich. Hm. Also ich finde, das Zeug lohnt sich nicht für weniger Feindkontakt. Für keinen Feindkontakt würde es sich lohnen, ja. So, komm, gib ihm alles. Ich habe das Gefühl, ich rede schon wieder ziemlich inhaltloses Zeug. Das ist aber gar nicht schlimm, weil dieser Part irgendwo hier zu Ende ist. Vielleicht sogar schon gerade zu Ende war. Das hier ist eventuell schon der neue Part. Ach, ich weiß es aber alles nicht. Ich weiß es doch alles nicht. Es ist eklig und schleimig. Tötet es bitte. Vielleicht kommen wir mit dem Wanderzirkus nach dem Auto. Da sind auch noch so eine Option, die mir gerade einfällt. Oh ja, sieben Erfahrungen. Acht Erfahrungen und sieben München. Ja, Pustekuchen-Wanderzirkus. Das Thema hat sich schon mal.